Happy Birthday Anmol Kohli, Happy Birthday Arjun Kurba, Happy Birthday Rajveer Prana, Happy Birthday MD Ahmed Und heute spiele ich wieder Free Fire BR Ranking. Ich probiere weiter zu kommen. Also viel Spaß. Okay. Es scheint so, dass ich wieder der einzigste Spieler bin und die Quest eines K.E.s. Battle Royale. Battle in Style. Und ich habe wieder die Quest ein Kilometer laufen. Ich muss zwei Leute töten. Ganz normal. Und drei Leute, wenn ich weniger wie 100 Leben habe. Das ist mal. Das kann weniger wie 100 Leben. Dann muss ich bis zum Ende warten. Das ist doch Geld. Ist das Geld? Das ist doch Geld. Oh, Geld. Nein, das ist kein Geld. Mist. Da ist Geld. Ich brauche Geld. Draußen wird gekämpft. Zwei Leute sind da. Die Stellen sind auch gut. Da brauche ich auch noch 15 Stück. Die mindful dauert. Das wird fent design. Ja wirklich, wenn ich z約en wollte. und die Maxine war da 200 Gold habe ich 10 Gold 10 Gold 11 Gold 12 Gold 8 Gold 12 Gold 13 Gold 12 Gold Gold, 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 Gold. Ich brauche nur Gold, da. Warte, lass ich reingucken, doch. 300. Ich kriege die 600 Leute nicht zusammen. Um den Schlüssel zu gehen. Habe ich Glück, dass ich schon so gut ausgerüstet bin. Ja, das muss ich hin. Oh, das ist alles Geld. Wenn man den Schlüssel halt nicht findet, dann sollte man am besten zu so einer da hinten, zu so einer goldenen Truhe gehen. Denn die Sachen sind genauso gut oder manchmal sogar noch besser. So. 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 das geht aber schnell. Schaue ich das noch? Den kriege ich nicht mehr. Schade. Oh, da oben links ist noch so ein. Triple kill. Oh, da oben links ist noch. Oh, da oben links ist noch so ein. Als Abbot- means. Geht. Komm, komm, komm. Komm, das schaffe ich noch. 40 Sekunden habe ich Zeit. Okay. Einmal wechseln. Zack. Aber durchlaufen. Okay. 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 Unabhängig! Unstoppable! Unabhängig! Wack! Ein kill muss ich machen unter 100! es gibt es da nicht ich glaube mich gerade irgendwo hinstellen und mich regenerieren und dann und ich hab geknallt welcher platz war ich eigentlich? 6? naja ok. scheiße. Wien KI verloren. War zu viel gewesen. Na gut, dann bis gleich auf einer besseren Runde. Ok, jetzt müssen wir gewinnen. Battle Royale. Battle in Style. Die Quiz mit unter 100 Leben haben wir. Brauch ich nicht mehr, hab ich fertig. Oh, genau da ist es auch schon blau. Was heißt? Piddi pidi. Das wird jetzt eine sehr gute Runde. Okay, wir probieren auch mal wieder 100 Gold. Ist da auf dem Dach schon was? Ich glaube nicht, aber schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Doch. Ah doch. 100 Gold. Äh nur 5. 100. Ich hab jetzt gar nicht nachgeschaut, ob hier noch andere Spiele mit dabei sind oder nicht. Ich hab jetzt gar nicht nachgeschaut, ob hier noch andere Spiele mit dabei sind oder nicht. Ich hab jetzt gar nicht nachgeschaut. Ich habe hier nur 50 Gold. Ach, 100 Gold! Da! Oh, 1000! so dann holen wir mal schnell das und direkt hier in der hecke ist sogar einer hitlist spieler schnell einsammeln schildpistole gehabt schildpistole ist ja nice hat er noch die ist auch gut egal wir haben den schlüssel wir werden bestimmt was besseres sind es muss erst mal suchen woher genau da geradeaus das ist schön das ist schön die 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 Ich weiß nicht, soll ich eine wechseln? Karabiner, VSS. Ich glaube nicht, so ein Mist. Ich weiß nicht, so ein Mist. Ich weiß nicht, so ein Mist. Ich weiß nicht, so ein Mist. Da hinten ist eine Truhe, die leuchtet sogar noch. Ich weiß nicht, so ein Mist. Ich weiß nicht, so ein Mist. Ich weiß nicht, so ein Mist. Rampage! Ich weiß nicht, so ein Mist. eine kiste neben der andern Und noch eine Küste. Und noch eine Küste. Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! Na, draufzuführen! Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! gut dann war es das auch schon für heute, dann sag ich mal ein Dankeschön dazu und ich würde mich freuen, dass ihr mal sein ja heroisch zweiter sterben und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal